. Johannes Ritzek kann sich krönen hier zum absoluten König der Kombination. Er ist auf der Zielgerade. Er scheint stärker. Und er wird das Ziel retten. Johannes Ritzek. Viermal Gold. Gold für Deutschland. Die Weltmeister stehen parat. Sie schnaufen noch ein bisschen, sind erschöpft. Aber ich glaube überglücklich. Viermal angetreten, viermal Gold. Mehr geht einfach nicht, Johannes Ritzek. Ja, das ist immer unbegreiflich. Also gerade das Rennen heute wieder war so spannend. Und gerade auch in der letzten Kurve dann noch mit dem Überrundeten. Aber ich wusste, auf der Zielgeraden bin ich sehr schnell. Und habe mir das extra noch mal vorher angeschaut. Der Erik hat einen genialen Job gemacht. Und trotz aller widriger Umstände haben wir das heute gepackt. Und ja, geil, wieder mit dem Erik oben zu stehen. Erik, wie war das für Sie, die letzte Runde dann da zuzugucken und die Spannung da mitzuerleben, mitzuerleben müssen? Ja, es ist natürlich schon so, dass man da ganz schön mitfebert und zittert. Weil es halt einfach vieles kann passieren. Man hat es gesehen. Ich hatte ein bisschen Angst mit dem Überrundeten, weil das dann doch sehr, sehr knapp geworden ist. Da habe ich gedacht, was macht der jetzt? Aber ja, schlussendlich kann man auf Johannes vertrauen, dass er das hier wieder weltmeisterlich gemacht hat. Und von dem her ist das tipptopp gewesen. Kann man sagen, dass das die am härtesten erkämpfte Goldmedaille dieser Weltmeisterschaften hier für Sie war, Johannes? Ja, diese Superlativen sind immer so schwierig. Wenn ich an die anderen Rennen zurückdenke, waren die auch hart erkämpft. Und auch das Teamgold, wo vielleicht überlegen aussah, war genauso hart erarbeitet. Natürlich aber der Spannungspunkt war heute schon mal einiges größer. Und man kann auf jeden Fall festhalten für die deutschen nordischen Kombinierer. Lachti ist ein gutes Pflaster, oder? Ja, das haben wir vorher schon gewusst, dass Lachti uns recht gut liegt. Dass wir eigentlich, wenn die Bedingungen passen, wir gut zurechtkommen hier. Und von dem her sind wir sehr glücklich, mit so vielen Medaillen wieder nach Hause gehen zu dürfen. Ja, und das dürfen Sie jetzt auf jeden Fall noch mal genießen. Herzlichen Glückwunsch noch mal. Jetzt steht die Flower Ceremony erst mal an. Und mit so viel glücklichen Gesichtern gebe ich doch gern zurück zu dir, René.